Hallo ihr wundervollen, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Tarot-Botschaft, heute zu einer Wochenvorschau. Ich liebe es immer so, so sehr und wenn du das auch so gerne magst und von mir jede Woche eine Wochenbotschaft sehen willst, dann gib doch dem Video später oder jetzt gleich auf jeden Fall einen Daumen nach oben, dann weiß ich das, dass ich das wirklich regelmäßig mache für dich. Wir gucken heute, was kommt in der kommenden Woche und was wird gehen, ja, sowohl energetisch als auch an ganz konkreten Dingen. Wir werden sehen, wie die Karten fallen. Ich habe hier dieses wunderschöne Affymators-Tarot, das ist das mit den Tieren, ich liebe das total. Und dann habe ich hier auch noch die Orakelkarten und wir starten rein. Und bitte einmal, was sind die Energien, die kommen werden in der kommenden Woche? Okay, das wird kommen. Und einmal bitte, was wird gehen? Okay, einmal, was wird kommen? Einmal, was wird gehen? Was wird denn kommen? Ach, der Schwerter. Könnte sein, dass in der kommenden Woche ein bisschen eine Durststrecke kommt, die aber wahrscheinlich von dir selber herbeigeführt wird. Also es könnte sein, dass du selber sagst, ich muss jetzt für irgendeine Prüfung lernen, ich kann nicht so viel rausgehen oder nicht so viel unternehmen. Kann sein, dass du sagst, ich habe essenstechnisch ein bisschen über die Stränge geschlagen, ich möchte mal ein bisschen auf Zucker verzichten zum Beispiel. Es könnte sein, dass du sagst, ich will jetzt immer wieder sehr früh aufstehen. Es könnte sein, dass du sagst, nee, dieser Mensch tut mir gerade nicht gut, ich halte mich von dem Fern. Also irgendwie sowas, höchstwahrscheinlich durch dich selber herbeigeführt. Kann natürlich auch mal durch äußere Begebenheiten herbeigeführt sein, dass du sagst, irgendwie sind gerade finanziell große Sprünge nicht ganz so möglich, da will ich mich ein bisschen zurückhalten. Oder, oder, oder. Es ist irgendwie ein Engpass, ein Vorübergehender, der kommen könnte in der kommenden Woche. Was haben wir denn hier noch? Haben wir hier aber das Ast der Kelche, ja? Also sehe schon mal, nicht so, dass sich das so sehr belastet, sondern wir haben das Ast der Kelche. Und das zeigt mir, dass hier zwar vielleicht äußerlich durch ein paar Dinge Einschränkungen vorliegen, aber das Ast der Kelche sagt mir, auf der emotionalen Ebene kommt alles richtig schön in die Heilung, ins Gleichgewicht. Es kommen schöne Emotionen auf dich zu, durch dich, durch andere, ja? Wir werden gleich noch weiter gucken, aber ich sehe da emotional wunderschön, ja, in der kommenden Woche. Eine Heilung, guck mal her, nach einem Schmerz. Also emotional gesehen kommt etwas in Heilung, etwas, was dir lange einen Stich ins Herz versetzt hat, was dir lange wehgetan hat, das kommt in Heilung. Vielleicht sogar durch das hier, weil manchmal, wenn wir etwas entsagen, das kann natürlich auch eine Person sein, kommen wir in Heilung, ja? Es kann auch nicht mit einer Person zusammenhängen. Es kann auch wirklich sein, dass dich das sehr lange belastet hat. Zum Beispiel jetzt, einfach als Beispiel, dass du einen Job hast, der dich unglücklich macht. Das war ein Stich ins Herz, das hat dir wehgetan, das hat sich nicht gut für dich angefühlt. Und das kommt jetzt in Heilung, weil du vielleicht sagst, ich verzichte jetzt auf vorübergehenden Spaß und baue mir aber jetzt vielleicht mein Business auf, was mir wirklich Freude bereitet, tiefe, tiefe Freude und verzichte auf vorübergehenden Spaß und ich übe mich hier in Verzicht, ja, dass ich da sehr viel Zeit investiere und nicht so viel ausgehe oder sowas. Kann sein, ja? Muss nicht, aber kann durchaus sein. Übrigens, bitte schreibe mir, wenn du genau in dieser Phase mit Business bist, also wenn du wirklich sagst, ich würde mir gerne ein Business auf Basis meiner Fähigkeiten aufbauen, entweder angelernten Fähigkeiten oder aufgrund deiner Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast, wenn du wirklich sagst, ich würde mir gerne ein Business als Coach, Mentor, Heiler aufbauen, schreib mich an, an info at soulposition.de und ich werde dir Informationen dazu zukommen lassen, wie du da von mir und von meinem Mann Unterstützung bekommen kannst, denn ab Juli startet wieder unsere Business Bliss Mastermind, das ist jetzt die zweite Runde, die wir starten mit neun Menschen, die sich ihr Herzensbusiness aufbauen wollen und wir unterstützen sie dabei, wirklich herzzentriertes Marketing zu machen, in der Verbundenheit mit ihrem Herzen auch ihre Berufung zu finden und ja, dann natürlich Geld damit zu verdienen, also nur kurz am Rande, weil das hier so gut passt, kann aber natürlich auch hier in der Liebe bei dir liegen, aber sollte es mit dem Job sein, schreib mich an und ich lasse dir Infos zukommen. Genau, auf jeden Fall, diese Sache hier kommt in Heilung, eventuell sogar durch den Verzicht, ja. Was haben wir denn hier noch? Ach, guck mal an, die Königin der Kelche. Ja, du kommst so in den Flow mit deinen Emotionen. Das, was dich vielleicht lange belastet hat, das kommt in Fluss. Du nimmst deine königliche Haltung ein, also du bist nicht mehr Opfer der Emotionen, sondern du bist die Königin über die Emotionen. Du kannst sogar Emotionen wieder genießen. Du kommst in eine Tiefgründigkeit rein, auch die Menschen an dir sehen, ja, und du kommst eben in diese königliche Qualität. Du hast irgendwie die Oberhand gewonnen, ja. Ich sehe, du gewinnst die Oberhand. Und wie gesagt, manchmal gewinnen wir die Oberhand, indem wir anderen Dinge entsagen und da erstmal einen Riegel vorschieben. Und so habe ich das hier. Was geht denn? Was geht denn? Das Ast der Münzen. Okay, also irgendetwas, was dir Stabilität gegeben hat, das geht. Stabilität, was auch immer es sein wird. Also ich möchte ja mal gleich weitergucken. Ja, ich würde fast sagen, nicht etwas, was dir Stabilität gegeben hat, sondern die Suche nach Stabilität geht. Und diese Unsicherheit. Ich habe hier eine Unsicherheit bei dir liegen, dass du, so kann ich mir Stabilität kreieren, kann ich das schaffen? So habe ich das. Entweder kann ich mir Stabilität ohne diesen Mann kreieren oder kann ich mir Stabilität innerhalb dieser Beziehung kreieren oder in dem Job oder mit meinem neuen Business zum Beispiel, ja. Und diese Sorge, dieses, kann das klappen? Und dieses leicht Ängstliche, das geht. Dieses ängstliche Hoffen auf Stabilität. Oh Gott, was ist, wenn es nicht klappt? Das geht, ja, das geht einfach. Ja, und auch Konflikte, die es gerade gibt in dir oder mit anderen, die gehen. Also jeglicher Konflikt, der gerade sehr aktiv ist in deinem Leben, das könnte mit einem anderen Menschen sein, das könnte aber auch innerlich sein. Dieser Konflikt zwischen, soll ich das tun, soll ich nicht? Oder auch diese Härte. Das ist auch eine Karte der Härte, die Härte dir gegenüber. Weil du kommst in die Königin der Kelche, die ist sanft zu sich. Die ist sanft und gut zu sich. Die ist nicht hart, ja, die ist im Flow. Und ich habe so, dass die Härte geht dir selbst gegenüber, anderen gegenüber auch, ja, ich würde schon sagen, dieses fast schon Konfliktsüchtige, ja, das geht. Das geht, ja. Und, ach, ja, spannend, die Königin der Münzen geht. Und prinzipiell ist ja die Königin der Münzen eine schöne Karte, aber, wie ich es hier schon gesagt habe, dieses, es muss stabil sein, es muss immer sicher sein, es muss alles immer abgesichert sein. Das geht, dieser Anspruch geht. Und du gehst mehr in den Flow, du gehst mehr dem Gefühl nach, als immer so, oh Gott, ist es sicher, ist es sicher, ich mache es nicht, weil es ist nicht sicher, das lässt du komplett los. Und du transformierst dich hin von der Königin der Münzen, die immer alles sicher und stabil haben will, hin zur Königin der Kelche, die sagt, ich möchte einfach meinem Gefühl folgen. Ja, ich möchte wieder mehr in mein Gefühl auch kommen. Und das wird hier passieren. Ja. Das ist eine sehr intensive Transformation, die wir hier liegen haben. Was haben wir denn auf der Unterseite? Ja, schau mal, es ist wie so ein Erwachen und wie eine Erneuerung von deiner Energie. Also es ist, als würdest du plötzlich so einen Aha-Moment haben und sagen, oh mein Gott, es geht nicht immer nur um Stabilität. Es geht mehr ums Gefühl für mich jetzt in meinem Leben, in diesem Abschnitt. Und es geht darum, dass Dinge heilen dürfen. Und dass ich auch mal die Unsicherheit in Kauf nehme, wenn ich aber weiß, ich folge meinem Gefühl. Und ich lasse das los, den Anspruch der Sicherheit. Der vielleicht auch manchen Konflikt ausgelöst hat. Ich lege die mal hier rüber, denn ich möchte auch noch hier gerne aus den Orakelkarten einmal für was kommt. Eine Orakelkarte ziehe für dich. Einmal was kommt. Und einmal auch für, na, da haben wir es schon, was geht. Also was kommt. Strength, ja, die Kraft. Die Kraft, deinem Gefühl zu folgen. Das braucht Mut und Kraft. Und du bringst auch die Kraft auf, anderen Dingen zu entsagen. Du bringst die Kraft auf, dich zu disziplinieren. Das kommt. Und was geht, da haben wir hier Space und Sweetness. Und ich habe so ein bisschen das so, dass, ja, es geht der Anspruch, dass es immer leicht sein muss. Und immer stabil, leicht und alles ist super. Ja, dieser Anspruch geht einfach. Und der Raum geht auch für, ja, wie soll ich sagen, der Raum, dass du immer gehofft hast, dass es endlich stabil wird. Du machst den Raum zu. Den Raum machst du zu. Und eben den Anspruch machst du zu, dass es immer leicht sein muss oder immer stabil. Weil Stabilität bedeutet ja auch, wir sind in der Komfortzone. Das lässt du los. Und du bringst die Kraft auf und sagst, Komfortzone, echt wurscht, egal. Weil ich fühle einfach, ich möchte mehr dem Gefühl folgen. Und ich möchte mehr von dem in meinem Leben haben, was sich gut anfühlt für mich und weniger von dem, was sich schwer anfühlt. Und es war hier eine schwere, ich sehe hier schwere Karten in diesem Stabilität herstellen für dich. Das war eher schwer für dich und anstrengend und mit Kampf verbunden, Ritter der Schwerter. Ach, das war gar nicht so toll, ja. Und du lässt es los. Und du gehst in diese Energie in der kommenden Woche. Puh, wunderschön. Sehr auf den Punkt. Da brauche ich gar nicht mehr dazu sagen, weil das so dermaßen on point war, ja. Und wenn das mit dir in Resonanz geht, freue ich mich unglaublich. Und du kannst mir auch gerne schreiben, wie es dir damit geht mit dieser Legung. Ja, lass es einfach mal sacken. Und ich wünsche dir einfach eine wundervolle Woche, die echt toll werden wird für dich. Danke, danke, danke für dein Vertrauen, dass du hier eingeschalten hast. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Genau. Alles Liebe. Die Party.